Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ich bin leider nicht in der Lage zu Livestreamen für euch die erste kommende Tage deswegen dieses kurzes schönes äh Küste und Zombies Video ich hoffe es gefällt euch und wenn es euch gefallen hat vergesst nicht den fetten Daumen hoch nach oben zu drücken wenn euch nicht gefallen hat drück ruhig die Daumen nach unten aber eben Daumen nach oben wenn ihr nicht mehr fallen dann ist natürlich das Video nicht zu zeigen meine Freunde wenn es euch gefallen hat in der Videobeschreibung das Video müsst ihr sehen teilt gerne und sehen wir uns bald wieder bei euch Freitag, Freitag wenn es mir ein bisschen besser geht wenn es mit euch mit dem Tag nicht gespielt viel Spaß beim Sonntag vom Video und bis bald Ciao freitag 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 Давайте Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Böhm. Easy to live. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Dat causes WHAT Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? 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 Was ist das?